Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutelah und heute wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um dieses schicke grüne Mount hier. Und zwar ist das einmal das tiefgrüne Panzer Don und dieses kriegen wir über Mythisch Plus Instanzen. Was müssen wir dafür genau machen? Wir müssen uns einmal ein Achievement holen, beziehungsweise eine Heldentat. Die findet ihr unter Heldentaten und dann Dungeons. Natürlich erst, wenn ihr sie abgeschlossen habt, so ist das mit den Heldentaten. Und dann brauchen wir hier Schlüsselmeister von Dragonflight Season 3. Da müsst ihr eine Wertung von 2000er spielen in der dritten Season. Und dann ploppt die Heldentat auf und es gibt dann ein schickes Mount. Weitergehend könnt ihr natürlich dann auch noch, wie ich, auf 2,5 hochspielen. Dann gibt es noch zusätzlich ein Token, wo ihr einige T-Mog-Effekte rausbekommt. Und die tun euer aktuelles Set ein wenig aufwerten mit ein paar Lichteffekten, würde ich jetzt mal dazu sagen. Kann sich lohnen. Die Season scheint auch relativ einfach zu sein tatsächlich. Genau, also das sind die zwei Sachen. Was ihr für ein Rating habt, seht ihr hier einmal in der Übersicht. Und ja, am besten spielt ihr sowohl euren Key einmal in Verstärkt und einmal in Tyrannisch. Für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so aktiv im Implus waren, die Wochen wechseln immer. Verstärkt heißt, dass einfach der Trash verstärkt wird. Also kriegt ihr einen Buff und bei Tyrannisch kriegen die Bossen einen Buff. Das wechselt immer mit auch ein paar anderen Affixen, die wöchentlich switchen. Und wenn ihr jetzt einmal Tyrannisch und einmal verstärkt lauft, kriegt ihr sowohl von dem Tyrannisch als auch von dem Verstärkt die Punkte. Es funktioniert so, ein Drittel bringt quasi der niedrigere Key und zwei Drittel der höhere Key, so in etwa. Heißt, ihr solltet bei jedem Key einen möglichst hohen Laufen und bei dem anderen ist es dann nicht so wichtig, der bringt dann nicht mehr so viele Punkte. Um dementsprechend auf 2000er Rating zu kommen, müsstet ihr wahrscheinlich im Schnitt 15er Keys machen. Heißt relativ einfach und wenn ihr jetzt hier auf die 2,5 wollt, dann dürften 18er, 19er reichen. Ich habe jetzt auch gar nicht alle Keys gemacht, seht ihr. Ich habe den hier nur einen Key, also da habe ich jetzt nur einen verstärkt, da habe ich auch nicht die vollen Punkte. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Eigentlich wollte ich erst das Ganze am Ende der Season angehen. Ich wurde jetzt hier von ein paar Leuten gefragt, ob ich mitlaufen will und muss sagen, ich hatte nicht sonderlich gutes Gear. Hier und mit 4,60 bin ich eigentlich durch die 20er Keys gut durchgekommen. Mittlerweile habe ich ein bisschen mehr, aber am Anfang mit 4,60 durchgestartet hat gepasst. Übrigens von der Mountsorte hier gibt es noch ein paar mehr. Wir können uns das auch mal anschauen. Schlüssel. Und ja, da sehen wir die ganzen Keystone Master Mounts, die es jetzt über die vergangenen Seasons gegeben hat. Und wenn wir jetzt gucken, es gibt ja quasi jetzt hier diesen grünen in der 3. Season. Dann haben wir hier den, ja, schwarz-orangen würde ich jetzt mal sagen, in der 2. Season gehabt. Und in der 1. Season gab es den hellblau-frostigen. Ehrlich gesagt muss ich sagen, von den 3 landet der bei mir auf dem letzten Platz. Ich finde den frostigen, ja, ich glaube den von der Season 2 finden wir am besten. Den von der Season 1 am zweitbesten und den jetzt am drittbesten. Mal gucken, was Season 4 kommt noch einer. Ich hoffe, es kommt noch irgendwie so ein komplett schwarzer mit Feuerrot. Also nicht so hell, das ist ja eher so gräulich schon fast, sondern komplett schwarz und dann Feuerrot. Gut, das wäre noch richtig nice. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wahrscheinlich bringen sie den pinken oder so. Mal gucken. Juti, das war es soweit jetzt mit dem Mount-Übersicht übrigens. Was vielleicht ich auch noch erwähnen sollte, wenn wir jetzt gerade bei dem Mythic Plus gedöhnt sind. Wenn ihr die Keys auf 20 in Time spielt, was wie gesagt die Season jetzt nicht wirklich so schwer ist. Die scheinen relativ einfach zu sein. Gibt es auch noch die Ports. Also für jede Instanz gibt es quasi einen Teleport. Beziehungsweise auch eine zugehörige Heldentat. Und mit der könnt ihr euch dann ein bisschen rumporten. Hier gibt es auch von vergangenen Seasons schon alle möglichen Ports. Die haben 8 Stunden Cooldown. Wenn ihr die Instanz aber zumindest im Mythic Plus abschließt, wird der Cooldown zurückgesetzt. Die sind nur Char gebunden. Aber wir wissen schon, also Blizzard hat es zumindest angekündigt, mit The War Within wird das ganze Battle.net Account gebunden. Heißt, dann hat jeder Char auf eurem Account diese Ports. Und das ist dann schon praktisch. Wenn ihr irgendwo in der alten Welt unterwegs sein wollt, könnt ihr euch halt zu allen möglichen Instanzen porten. Je nachdem, wie viele ihr über die letzten Seasons euch geholt habt. Ich müsste alle Ports mit meinem Main zumindest haben. Und wenn ich die dann natürlich mit allen Twinks habe, dann ist das eine schöne Sache. Also vielleicht ist das nochmal so die Motivation. Vielleicht auch die Leute, die jetzt mit dem 2K Score aufgehört haben, noch ein bisschen hochzuspielen, um dementsprechend die Ports mitzunehmen und dann in der nächsten Expansion euch mit allen Chars porten zu können. Gut, damit sind wir dann am Ende. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns auch gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.